hi leute und herzlich willkommen zu diesem neuen video wir machen heute eine okay okay dann könnt ihr jetzt mal wasser im mund nehmen okay seid ihr bereit wieso können skelette schlecht lügen weil sie so gut zu durchschauen sind was sagt der große stift zum kleinen stift wachs mal stift ich habe zwei tropfen glaube ich abbekommen guck mal die sonne kommt jetzt sogar raus okay was macht eine bombe im bordell wie nennt man einen deutschen mit zehn autos carsten war also ich voll was abbekommen was ist eine hexe in der wüste eine sandwich lea lea aber es wird ja die sonne kommt schon wieder bereit was ist was ist grau und kann nicht fliegen eine zu fette taube lehrer wenn ich sage ich bin krank was ist das dann für eine zeit antwort eine sehr schöne zeit ok die lehrerin fragt fritzchen was heißt glocke auf englisch keine antwort lehrerin bell daraufhin fritzchen so wird gleich auch aus denen ich hoffe dass du machst gleich gegen lille Ja, Leute, das wird dann der zweite Teil und der dritte Teil. Also wir machen drei Teile. Wird dann Lena gegen Marie. Ja. Okay, bereit? Sind sie sicher, dass sie ihren Sohn... Ich hab keine Lust damit. Wach! Ich hab mich zweimal angekommen. Ja. Meine Haare? Ja, super. Gut, jetzt macht noch den Rest. Und dann kommt jetzt der letzte Flachwitz. Ich sag dir... So, jetzt geht's aber wirklich weiter. Sind sie sicher, dass sie ihren Sohn Axel nennen wollen, Frau Schweiß? Leute, guckt euch mal bitte das an. Die sind richtig glitschnass. Ja! Ich hab auch an Axel gedacht. Aber... Aber es ist... Aber es ist... Aber es ist alles trocken. Ja. Aber die Sonne kommt ja wieder raus und dann trocknet das schon. Also, wie hast du gesagt? Ich bin ganz nass. Ich bin ganz nass. Du bist auch nass. Du musst gleich... Die muss gleich umarmen. Ich hab mein Handy in der Hand. Wie du von hinten aussehst. Also, Leute. Das war's auch schon wieder mit dem Video. Es wird auf jeden Fall auch einen Teil 2 und einen Teil 3 davon geben. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Wir würden uns freuen, wenn ihr dieses Video liked, uns abonniert, die Glocke aktiviert und auch mal in die Kommentare schreibt, was wir noch für Videos drehen sollen. Und dann würden wir sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!